Einleitung Achtsamkeit ist eher ein gewöhnliches Wort. Es hat nicht das spirituelle Prestige von Worten wie Weisheit, Mitgefühl oder Liebe und ist erst in letzter Zeit mehr in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen. In meiner Jugend in den 1950er Jahren hatte ich das Wort nie gehört. Die 1960er Jahre hatten ihr ganz eigenes Vokabular. Erst Anfang der 70er kam der Begriff der Achtsamkeit auf. Es begann damit, dass immer mehr Leute in Meditationsretreats von diesem Konzept und der Praxis erfuhren. Durch Programme wie MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, Achtsamkeitsbasierte Stressminderung, MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie, Achtsamkeitsprogramme in Schulen, an Universitäten und in Unternehmen sowie durch Forschungsprojekte in modernen Laboren der Neurowissenschaft gewann das Potenzial, welches dieser Fähigkeit des Geistes zur Präsenz, zur Wahrnehmung des gegenwärtigen Geschehens innewohnt, immer mehr an Glaubwürdigkeit und Interesse. Um nur ein Beispiel zu geben. Allen Patienten des Duke Integrative Medicine Programms der Duke University werden die Beziehung zwischen Körper und Geist sowie das Konzept der Achtsamkeit vorgestellt. Der Gründer des Programms, Jeffrey Brantley, MD, sagte, Achtsamkeit bildet die Grundlage von allem, was wir tun. Wir glauben, je achtsamer Menschen angesichts gesundheitlicher Herausforderungen sein können, desto gesünder werden sie sein. Vor ein paar Jahren entwickelte eine Freundin von mir ein Programm, mit dem Zweitklässlern die Achtsamkeit nahegebracht wurde. Diese jungen Praktizierenden kommentierten ihre Erfahrung so. Achtsamkeit hilft mir, bessere Noten zu bekommen. Achtsamkeit hilft mir, mich zu beruhigen, wenn ich mich aufrege. Sie hilft mir auch im Sport und abends beim Einschlafen. Danke, dass Sie uns Achtsamkeit beigebracht haben. Achtsamkeit hat mein Leben verändert. Achtsamkeit beruhigt mich wirklich. Achtsamkeit ist das Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ich liebe Achtsamkeit. Angesichts der großen Verbreitung, die Achtsamkeit derzeit erfährt, erscheint es hilfreich, ihre Wurzeln zu ergründen. Woher stammt diese Praxis? In welchem Umfang und in welcher Tiefe kann sie angewendet werden? Wie können wir die transformierende Kraft der Achtsamkeit verstehen, die uns aus den traumähnlichen Mustern unseres Lebens aufzuwecken vermag? Das vorliegende Buch dient zwar vorrangig der Vertiefung des Verständnisses der Achtsamkeit und als ein Leitfaden für die Praxis, doch der Umgang und die Tiefe dieser Lehren können auch im täglichen Leben neue Möglichkeiten und subtile Ebenen der Umsetzung von Achtsamkeit eröffnen. So wie die Wissenschaft und das Ingenieurwesen der Raumfahrt zu vielen neuen Erfindungen für die Allgemeinheit geführt haben, so kann auch das aus der Meditation hervorgehende klassische tiefe Verständnis zu neuen Praktiken und transformierenden Erkenntnissen über unser Leben in der Welt führen. Bei einem Abendessen bat mich einmal jemand, mit wenigen Worten zu beschreiben, was Achtsamkeit sei. Phrasen wie »Das Leben im Augenblick« oder »Gegenwärtig sein« mögen zwar einen ersten Eindruck von Achtsamkeit vermitteln, doch die Frage »Was ist Achtsamkeit?« ist ein bisschen so, als würde man fragen »Was ist Kunst?« oder »Was ist Liebe?« Um wirklich die Tiefen von Achtsamkeit auszuloten, müssen wir ein wenig ausholen, und das erfordert Zeit. Die Erfahrung von Achtsamkeit umfasst eine Fülle von Bedeutungen und Nuancen, die unser Leben auf unvorstellbare Weise bereichern können. Dieses Buch ist ein Versuch, diese Schätze zu heben. Im Satipatthana Sutta, der Lehrrede des Buddha, über die vier Wege, Achtsamkeit zu entwickeln und zu verankern, finden wir eine große Bandbreite von Anregungen, wie wir den Geist-Körper-Prozess verstehen und verschiedene Methoden, wie wir den Geist von den Ursachen von Leiden befreien können. Es geht dabei nicht darum, sie alle umzusetzen, und ganz sicher nicht alle gleichzeitig. Der Buddha selbst gab je nach Temperament und Neigung seiner Zuhörer unterschiedliche Anweisungen. Doch wenn wir einmal eine grundlegende Praxis haben, die zu uns passt und uns inspiriert, dran zu bleiben, können wir unser Verständnis vertiefen, indem wir das Feld unseres Hinterfragens erweitern. Dabei kann es passieren, dass uns einzelne Anweisungen dieser Lehrrede zu unterschiedlichen Zeitpunkten besonders berühren und unsere Praxis auf ungeahnte Weise beleben. Der Buddha beginnt diese Lehrrede mit einer erstaunlich kühnen und unzweideutigen Behauptung. Dies ist der direkte Weg zur Läuterung des Wesens, zur Überwindung von Kummer und Klagen, zum Verschwinden von Schmerz und Trauer, zum Erlangen des wahren Weges, zur Verwirklichung von Nibbana, nämlich die für Grundlagen der Achtsamkeit. Angesichts des Umfangs und der Bedeutung dieser Behauptung, dies ist der direkte Weg zur Befreiung, ist es nützlich, diese Lehrrede genauer zu betrachten und unser Verständnis anhand der eigenen Worte des Buddha zu vertiefen. Beim Betrachten der Suttas stellen wir fest, dass alle Lehren des Buddha darin enthalten sind. Im Zusammenhang mit jedem der vier Wege zur Entwicklung und Verankerung der Achtsamkeit lehrt der Buddha verschiedene Methoden und Techniken, die den Geist befreien. Im Verlauf der Lehrrede legt er diesen erstaunlichen Weg zum Erwachen vollständig dar. Verschiedene Traditionen des Vipassana betonen die eine oder die andere Übung, aber jede von ihnen reicht aus, uns zum Ende des Weges zu bringen. Jede Tür des Dharma, die wir öffnen, führt uns zu allem anderen. Die vier Qualitäten des Geistes 1. Unermüdlich Der ausdauernde Geist Nach der Behauptung, dass die Praxis der vier Wege, Achtsamkeit zu entwickeln und zu verankern, der direkte Weg zur Befreiung ist, finden wir im Satipatthana Sutta eine präzise Definition dieses Weges und seiner wesentlichen Merkmale. Der Buddha verweist als erstes auf die vier Felder zur Entwicklung der Achtsamkeit Körper, Gefühle, Geist und Damas. Haben wir in diesen vier Bereichen Achtsamkeit entwickelt und verankert, können wir sicher verweilen. Wenn wir nicht achtsam sind, nicht wach, verlieren wir uns in unheilsamen Reaktionen und erschaffen damit Leiden für uns selbst und für andere. Welche vier? Hier, ihr Bikhus, Verweilt ein Bikhu Hinsichtlich des Körpers Den Körper betrachtend Unermüdlich Wissensklar Und achtsam Frei von Verlangen Und Betrübtheit Hinsichtlich der Welt Hinsichtlich der Gefühle Verweilt er die Gefühle betrachtend Unermüdlich Wissensklar Und achtsam Frei von Verlangen Und Betrübtheit Hinsichtlich der Welt Hinsichtlich des Geistes Verweilt er den Geist betrachtend Unermüdlich Wissensklar Und achtsam Frei von Verlangen Und Betrübtheit Hinsichtlich der Welt Hinsichtlich der Dhammas Verweilt er die Dhammas betrachtend Unermüdlich Wissensklar Und achtsam Frei von Verlangen Und Betrübtheit Hinsichtlich der Welt In dieser Definition Stellt der Buddha Auch die mentalen Voraussetzungen Für den Weg dar Wir müssen unermüdlich sein Wissensklar Und achtsam Sowie frei von Verlangen Und Trauer Hinsichtlich der Welt Unermüdlich Verweist auf eine ausgeglichene Nachhaltige Anwendung Des Bemühens Es geht damit jedoch Auch eine gewisse Wärme einher Jene Begeisterung Oder Hingabe Die daraus entstehen Dass wir den Wert Und die Bedeutung Von etwas erkannt haben Wenn der Buddha sagt Ein Big Who Das heißt Wir alle auf dem Weg Verweile unermüdlich Ruft er uns Zu großer Sorgfalt auf Mit Beständigkeit Und Beharrlichkeit Bei unserem Tun zu bleiben Der große chinesische Shan-Meister Huzuyun Erlangte im Alter Von 56 Jahren Erleuchtung Und lehrte danach 64 Jahre lang Er verstarb Im Alter von 120 Jahren Er nannte diese Qualität Der Unermüdlichkeit Den ausdauernden Geist Dieser trägt uns Durch all das Auf und Ab Der Praxis Spirituelle Unermüdlichkeit Ist die Quelle Eines mutigen Herzens Sie schenkt uns die Kraft Alle Schwierigkeiten Der Reise durchzustehen Daher stellt sich die Frage Wie wir Unermüdlichkeit Praktizieren Und kultivieren können Sodass sie in unserem Leben Eine starke Und vorwärtsführende Kraft wird Betrachtung der Kostbarkeit Des Dharma Eine Möglichkeit Unermüdlichkeit Zu kultivieren Besteht darin Über den Sinn Und Zweck Unserer Praxis Nachzusinnen Und die ungeheure Kostbarkeit Des Dharma Zu erkennen Recht verstanden Ist der Dharma Der Ursprung Jeglichen Glücks Ajan Moon Ein hoch anerkannter Meditationsmeister Der thailändischen Waldtradition Erinnert uns daran Dass ein Verständnis Des Geistes Einem Verständnis Des Dharma Entspricht Und die Erkenntnis Der tiefsten Wahrheiten Des Geistes Zur Erleuchtung führt Wir können Unsere Unermüdlichkeit Auch stärken Indem wir uns Bewusst machen Wie selten Wir in unserem Leben Mit Lehren In Berührung kommen Die Herz und Geist Befreien Dilgo Kuenzierin Poche Einer der großen Tibetischen Chokchenmeister Des vergangenen Jahrhunderts Erinnert uns daran Mit den Worten Fragt euch Wie viele der Milliarden Von Erdbewohnern Auch nur eine Ahnung Davon haben Wie selten es ist Als Mensch Geboren zu sein Wie viele von jenen Die die Seltenheit Der menschlichen Geburt Begreifen Denken je daran Diese Chance Zu nutzen Um dem Dharma Zu praktizieren Wie viele von jenen Die daran denken Den Dharma Zu praktizieren Tun es auch Und wie viele von jenen Die damit beginnen Machen auch weiter Doch wenn ihr einmal Die einzigartige Möglichkeit erkannt habt Die das menschliche Dasein euch bietet Werdet ihr zweifellos Mit aller Kraft Danach streben Sie voll und ganz Zu nutzen Indem ihr den Dharma Praktiziert Diese Gedanken Erzeugen große Achtung Für den Dharma Für unsere Mitpraktizierenden Und für uns selbst Diese Achtung Lässt uns in jedem Augenblick Sorgfältiger Und unermüdlicher werden Betrachtung der Unbeständigkeit Wir können die Qualität Der Unermüdlichkeit Auch durch die Betrachtung Der Vergänglichkeit Aller Phänomene stärken Betrachten wir nur all die Dinge An denen wir anhaften Seien es Menschen Besitztümer Gefühle Oder körperliche Zustände Nichts von dem Was wir haben Niemand in unserem Leben Und kein Geisteszustand Ist frei von Veränderung Nichts kann den universellen Prozess Von Geburt Wachstum Verfall Und Tod verhindern Solange wir die Wahrheit Der Unbeständigkeit Nicht wirklich verstehen Verbringen wir unser Leben Und sogar unsere Meditationspraxis Mit der Suche Und dem Verlangen Nach anderen Menschen Besitztümern Und Erfahrungen Wir verheddern uns In all den Erscheinungen Von Sansara Den Zyklen von Geburt Und Tod Und verfestigen dabei Unser Empfinden Eines Selbst Da gibt es keinen Frieden Das folgende Ist ein Auszug aus Das Leben des Shabka Einem Buch über die Lehren Eines tibetischen Wanda-Yogis Aus dem 18. Jahrhundert Es ist ein starkes Zeugnis Über die Wahrheit der Veränderung An einem anderen Tag Ging ich zu einer blumenübersäten Wiese Um etwas frische Luft zu atmen Beim Singen Im Zustand des Gewahrseins Der vollkommenen Sicht Bemerkte ich in der Fülle von Blumen Die sich vor mir ausbreitete Eine besondere Blume Die sich sanft auf ihrem langen Stängel wiegte Und einen süßen Duft verströmte Während sie sich von Seite zu Seite neigte Hörte ich im Rascheln ihrer Blütenblätter Dieses Lied Hör mich an Bergbewohner Ich möchte deine Gefühle nicht verletzen Aber dir fehlt tatsächlich sogar das Gewahrsein von Vergänglichkeit und Tod Von der Verwirklichung der Leerheit ganz zu schweigen Wer dieses Gewahrsein hat Den lehren alle äußeren Phänomene Vergänglichkeit und Tod Ich, die Blume Werde dir, dem Yogi Jetzt einige hilfreiche Ratschläge Über Tod und Vergänglichkeit erteilen Als Blume Die auf einer Wiese geboren wurde Erfreue ich mich vollkommenen Glücks Mit meinen farbenfrohen Blütenblättern in voller Blüte Umgeben von einer Wolke eifriger Bienen Tanze ich fröhlich, sanft im Winde wiegend Wenn feiner Regen fällt Hülle meine Blütenblätter mich ein Wenn die Sonne scheint Öffne ich mich wie ein Lächeln Im Augenblick sehe ich ganz gut aus Aber das wird nicht lange vorhalten Überhaupt nicht Unwillkommener Frost Wird diese lebhaften Farben stumpf werden lassen Bis sie braun werden und ich verwelke Wenn ich daran denke, bin ich beunruhigt Später noch werden Winde Stürmisch und gnadenlos Mich auseinanderreißen Bis ich mich in Staub verwandle Du, Einsiedler, bist von der gleichen Natur Umgeben von einer Menge Schüler Erfreust du dich eines schönen Aussehens Dein Körper aus Fleisch und Blut ist voller Leben Wenn andere dich loben, tanzt du vor Freude Im Augenblick siehst du ganz gut aus Aber das wird nicht lange vorhalten Überhaupt nicht Ungesundes Altern wird dich deiner gesunden Lebenskraft berauben Dein Haar wird weiß werden und dein Rücken krumm Wenn die unbarmherzigen Hände von Krankheit und Tod dich berühren Wirst du diese Welt für das nächste Leben verlassen Weil du durch die Berge streifender Einsiedler und ich eine Bergblume Bergfreunde sind Habe ich dir diese guten Ratschläge angeboten Dann verfiel die Blume in Schweigen Als Erwiderung sang ich Oh prächtige, außerlesende Blume Dein Diskurs über Vergänglichkeit ist wahrlich wundervoll Aber was sollen wir beide tun? Gibt es gar nichts, was getan werden kann? Die Blume antwortete Unter allen Aktivitäten in Samsara ist nicht eine von Dauer Was immer geboren wird, wird sterben Was immer zusammengesetzt wird, wird auseinanderfallen Was immer gesammelt wird, wird sich zerstreuen Was immer hoch ist, wird fallen Ein Gedenk dessen beschließe ich Nicht an diesen sanftigen Wiesen anzuhaften Selbst jetzt, im vollen Glanz meiner Erscheinung Selbst während meine Blütenblätter sich prächtig entfalten Auch du, noch stark und gesund, solltest ablassen vom Anhaften Suche das reine Feld der Freiheit Die große Gelassenheit Betrachtung von Karma Das Verständnis des Gesetzes des Karma ist die dritte Möglichkeit zur Erzeugung von Unermüdlichkeiten unserer Praxis Dabei geht es um die grundlegende und wesentliche Erkenntnis, dass all unser willentliches Tun des Körpers, der Rede und des Geistes, je nach dahinterstehender Absicht, Konsequenzen nach sich zieht Handeln wir aus Gier, Hass oder Verblendung, führt es zu unangenehmen Ergebnissen Handeln wir aus Nicht-Gier, Nicht-Hass und Nicht-Verblendung, entstehen vielerlei Arten von Glück und Wohlbefinden Dem Gesetz des Karma entsprechend können wir nur von unseren Handlungen und deren Folgen wirklich sagen, dass sie zu uns gehören Die Konsequenzen unseres Tuns verfolgen uns wie ein Schatten Dieses Prinzip ist so grundlegend und weitreichend, dass es vom Buddha und anderen großen erleuchteten Wesen bis heute immer wieder betont wurde Die allerersten Zeilen des Dhammapada verweisen genau auf diese Erkenntnis Der Geist ist der Wegbereiter aller Dinge Sprich oder handle mit unreinem Geist und Leiden folgt wie das Wagenrad dem Huf des Ochsen Der Geist ist der Wegbereiter aller Dinge Sprich oder handle mit friedvollem Geist und Glück folgt wie ein Schatten, der nie weicht Es gibt die berühmte Aussage von Padma Sambhava, dem großen indischen Adepten, der den Buddhismus nach Tibet gebracht hat Meine Sichtweise ist so weit wie der Raum Meine Aufmerksamkeit auf das Gesetz des Karma ist so fein wie Gerstenmehl Der Dalai Lama sagte Müsste er wählen, ob er in seinen Lehren den Schwerpunkt auf Leerheit oder auf Karma legen wolle Würde er die Lehren des Karma wählen So wichtig das Verständnis der Leerheit auch sei Der koreanische Zenmeister Sihung San Sun Min fasst die Quintessenz der Integration von Leerheit und Karma mit den Worten zusammen Es gibt weder richtig noch falsch Doch richtig ist richtig und falsch ist falsch Es reicht jedoch nicht, Karma einfach zu verstehen Wir müssen dieses Verständnis auch in unserem Leben umsetzen Denken wir daran, unsere Absicht zu erforschen, wenn wir handeln wollen oder wenn bestimmte Gedanken oder Gefühle dominieren Fragen wir uns, ist dieses Handeln oder dieser Geisteszustand geschickt oder ungeschickt Ist dies etwas, was ich kultivieren oder aufgeben will Wohin führt diese Absicht? Will ich da wirklich hin? 2. Wissensklarheit Klares Verstehen kultivieren Sampayanya ist der Pali-Ausdruck für die zweite Qualität des Geistes, die der Buddha im ersten Absatz des Satipatthana Sutta erwähnt Er wird meistens mit Wissensklarheit, klares Verstehen oder Wachheit übersetzt und verweist auf die Fähigkeit, klar zu begreifen, was geschieht Hier geht es um den Forschungs- und Weisheitsaspekt der Achtsamkeit Wir werden uns diese Qualität im 9. Kapitel Achtsamkeit auf die Handlungen noch detailliert anschauen Das Kultivieren des klaren Verstehens, uns dessen bewusst zu sein, was wir tun und warum wir es tun, ist eine tiefe transformierende Praxis Dahinter steht ein Verständnis von Achtsamkeit, das über einfaches Präsenzsein hinausgeht Durch klares Verständnis kennen wir den Zweck und die Eignung dessen, was wir tun und verstehen die Motivation hinter unseren Handlungen Häufig merken wir, dass wir mitten in einem Verhalten stecken, ohne recht zu wissen, wie wir dorthin gekommen sind Haben Sie sich je mit der Hand im Kühlschrank ertappt, ohne sich vorher über das Verlangen, die Entscheidung und die Angemessenheit dieses Tuns bewusst gewesen zu sein? Indem wir uns selbst bei kleinen Dingen unseres Handelns voll bewusst sind, wird es möglich, auch die dahinterliegende Absicht zu bemerken und uns zu überlegen, ist diese Absicht, dieses Handeln geschickt oder nicht, ist es nützlich oder nicht? Zur Zeit des Buddha lebten ein paar Mönche zusammen in einem Wald Der Buddha besuchte sie und fragte sie, ob sie alle harmonisch zusammen lebten Anuruddha, einer der großen Schüler des Buddha, antwortete Warum sollte ich nicht beiseite legen, was ich tun will und das tun, was diese Ehrwürdigen wünschen? Und alle anderen Mönche antworteten auf dieselbe Weise Wenn wir klar wissen, was wir tun, können wir liebende Güte im Alltag leben, statt sie nur auf dem Meditationskissen zu praktizieren Der eigenen Motivation bewusst zu sein, spielt auf dem Weg zur Befreiung eine zentrale Rolle Mit zunehmendem Gewahrsein unserer Selbst fangen wir an zu erkennen, dass unsere Praxis nicht nur uns selbst, sondern dem Wohlergehen und Glück aller Wesen dienen kann Wie kann unsere Praxis dem Wohlergehen anderer dienen? Wie kann die Wahrnehmung des eigenen Atems oder ein achtsam gegangener Schritt irgendjemandem helfen? Das geschieht auf verschiedene Weise Je mehr wir unseren eigenen Geist verstehen, desto besser verstehen wir alle anderen Wir spüren immer mehr die Gemeinsamkeit unseres menschlichen Daseins Was Leiden erzeugt und wie wir davon frei sein können Unsere Praxis dient anderen auch durch die Transformation dessen, wie wir in der Welt sind Indem wir akzeptierender, friedvoller, weniger verurteilend und weniger selbstsüchtig sind wird die ganze Welt liebevoller und friedvoller, weniger verurteilend und weniger selbstsüchtig Unser Geistkörper ist ein schwingendes, vibrierendes Energiesystem Wie wir sind, beeinflusst daher unausweichlich alle um uns herum Auf einem in einem Sturm schwankenden Schiff kann ein weiser, ruhiger Mensch alle in Sicherheit bringen Diese Welt ist wie solch ein Schiff, das vom Sturm der Gier, des Hasses und der Angst umhergeworfen wird Können wir einer der Menschen sein, die zur Sicherheit beitragen? Der Buddha trug seinen ersten 60 erleuchteten Schülern folgendes auf Geht, ihr Bikkhus, in die Welt, vielen Wesen zum Wohl, vielen Wesen zum Glück, aus Mitgefühl mit der Welt, zum Wohl und Glück der Götter und Menschen Geht nicht zu zweit denselben Weg Lehrt ihr Bikkhus den Dhamma, der vorzüglich am Anfang, vorzüglich in der Mitte und vorzüglich am Ende ist Verkündet das heilige Leben, das vollkommen und rein ist In gewissem Maße können wir in ihre Fußstapfen treten 3. Achtsamkeit, das Tor zur Weisheit Achtsamkeit, die dritte Qualität, die der Buddha erwähnt, ist die Übersetzung für den Pali-Begriff Sati und spielt in jeder buddhistischen Tradition eine zentrale Rolle Durch Sati wird jeder spirituelle Weg erst möglich Achtsamkeit hat verschiedene Bedeutungen und Funktionen, die alle entscheidend wichtig sind, um Weisheit zu entwickeln Ein Verständnis dieser vielfältigen Bedeutungen eröffnet uns neue Möglichkeiten, wie die Kraft der Achtsamkeit unser Leben transformieren kann 4. Gewahrsein des gegenwärtigen Augenblicks Achtsamkeit wird meistens im Sinn von geistiger Präsenz, Wachheit, Bewusstheit des gegenwärtigen Augenblicks verstanden Also als Gegenteil von geistiger Abwesenheit Wann immer wir verwirrt sind, können wir einfach zur Erfahrung des gegenwärtigen Augenblicks zurückkehren Nach einem meiner öffentlichen Vorträge kam eine Frau zu mir, die schon mehrere Retreats besucht hatte und erzählte, sie sei kürzlich auf einer Kreuzfahrt gewesen In ihrer Kabine habe eine Karte mit der Schiffsroute gehangen, auf der ein Pfeil die jeweilige Position mit den Worten anzeigte Sie sind hier Wo auch immer sie im weiteren Verlauf der Reise gewesen sei, was auch immer sie getan habe, diese Worte hätten sie stets daran erinnert, einfach präsent zu sein Sie sind hier Wir kennen diesen Aspekt der Achtsamkeit, der unverwandten Aufmerksamkeit, des reinen Gewahrseins aus der Erfahrung des Musikhörens Während wir einer Musik wirklich lauschen, ist unser Geist offen und zugewandt Wir versuchen nicht zu beeinflussen, was als nächstes kommt Wir sinnen auch nicht über die letzten paar Takte nach In der Fähigkeit zuzuhören liegt eine große Kraft Diese Kraft der Empfänglichkeit kann intuitive Weisheit hervorrufen Mutter Teresa wurde einst von einem Journalisten gefragt, was sie sage, wenn sie zu Gott bete Ich sage gar nichts, antwortete sie Ich höre nur zu Der Journalist fragte daraufhin, was Gott denn im Gebet zu ihr sage Er sagt gar nichts, erwiderte sie Er hört nur zu Und wenn sie das nicht verstehen, kann ich es ihnen auch nicht erklären Die Praxis des Erinnerns Eine weitere Bedeutung von Sati, die nicht so oft mit Achtsamkeit assoziiert wird, ist Erinnern Sie bezieht sich auf die Praxis, uns auf Heilsames zu besinnen, um uns auf dem Weg des Erwachens zu stärken In den Texten gehören dazu sowohl die Tugenden von Buddha, Dharma und Sangha Als auch die eigene Großzügigkeit und das eigene ethische Verhalten Durch die Betrachtung der Qualitäten von Buddha, Dharma und Sangha Können wir im Geist Vertrauen und Zuversicht erzeugen Und unser eigenes Bemühen in einen größeren Zusammenhang stellen Wir erinnern uns dabei daran, dass alles auf und ab der Praxis zu einer viel weiteren Reise gehört In der Nacht seiner Erleuchtung überwand der Buddha Maras Armeen Das heißt, die Kräfte der Sinnesbegierde und der Abneigung, der Ruhelosigkeit und des Hochmuts So oft wir in unserem eigenen Geist mit diesen Kräften konfrontiert sind Sitzen auch wir unter dem Bodhi-Baum des Erwachens Wir verstehen, dass das Ringen des Bodhisattva auch unser eigenes Ringen ist Indem wir uns die ungeheure Bedeutung vergegenwärtigen Die dem Überwinden von engherzig und engstirnisch machenden Gewohnheiten der Verführung inne wohnt Erweitert sich unsere Perspektive In der Umsetzung der befreienden Lehren des Buddha Praktizieren wir den vom Buddha entdeckten Weg der Läuterung Den seither so viele gegangen sind Zu den Sätzen, die mich besonders inspirieren Gehört die traditionelle Erklärung des Erwachens Die von Männern und Frauen gesprochen wird, wenn sie die Reise vollendet haben Es ist getan, was zu tun war Uns auf Buddha, Dharma und Sangha zu besinnen Erinnert uns daran, dass für uns Erwachen ebenso möglich ist Zu dem Erinnerungsaspekt der Achtsamkeit Gehört auch die Betrachtung unserer Selbstverpflichtung zu tugendhaftem Verhalten Sila auf Pali Würdigen wir unsere Sila Praxis, stärkt dies unser Selbstvertrauen und unsere Selbstachtung Wir erinnern uns daran, dass wir den Geist darin üben können, heilsame Handlungen von Unheilsamen zu unterscheiden Natürlich mischt sich manchmal auch unsere westliche Neigung zur Selbstkritik darunter Als ich einmal im Burma praktizierte und eine Weile Schwierigkeiten hatte, empfahl mir mein burmesischer Meditationsmeister Sayadav Upandita, über mein Sila nachzudenken Er wollte mich unterstützen, meinen Geist aufzuhellen und mehr Freude zu empfinden Doch als ich hörte, ich solle über mein Sila nachdenken, war mein erster Gedanke Was habe ich falsch gemacht? Die meisten von uns erleben hin und wieder ethische Fehltritte Doch unsere Bereitschaft, sie zu erkennen und uns dann wieder darauf auszurichten Weder andere noch uns selbst zu schaden, lässt uns weiter fortschreiten Wie der Buddha sagte, denn es bedeutet Wachstum in der Disziplin der Edeln, wenn sie ihrem Regelverstoß als solchen sehen und gemäß dem Dharma Wiedergutmachung leisten, indem sie künftig Zurückhaltung üben Dies ist ein sehr viel gesünderer und wohltuenderer Ansatz, als sich wegen vergangener Taten mit Schuldgefühlen zu grämen Achtsamkeit bewirkt zugleich einen Ausgleich dessen, was der Buddha die fünf spirituellen Fähigkeiten nannte Vertrauen, Glauben, Energie, Achtsamkeit, Konzentration und Weisheit Wir können unsere ganze spirituelle Reise auch als Stärkung und Ausgleich dieser Fähigkeiten betrachten Achtsamkeit lässt uns bemerken, ob eine davon zu schwach oder übermäßig ausgeprägt ist und schafft beispielsweise einen Ausgleich zwischen Vertrauen und Weisheit oder Energie und Konzentration Haben wir zu viel Glauben, dann können wir dogmatisch werden und zu sehr von unseren eigenen Ansichten überzeugt sein Wir sehen nur allzu oft, wie solch blinder Glaube in unserer Welt zu Konflikten und Leid führt Solange Vertrauen nicht mit Weisheit einhergeht, kann es passieren, dass wir unsere Meditationserfahrungen überbewerten Wir nennen diesen Zustand Pseudo-Nirvana Dann entwickelt sich zwar unsere Erkenntnisfähigkeit, aber in unserer Begeisterung vergessen wir, achtsam zu sein Haften wir an diesen Zuständen an, werden die Einsichten verfälscht Beschrieben wir verschiedene Erkenntniszustände, pflegte Sayadav Upandita uns oft zu fragen Hast du es bemerkt? Der eigentliche Maßstab unserer Praxis war unsere Achtsamkeit, nicht die Erfahrung eines bestimmten Zustands Wir können auch eine übermäßige Anhaftung an unser Verständnis oder unsere Einsicht entwickeln und uns damit zufrieden geben In diesem Fall ist unser Vertrauen schwach, das uns dafür öffnet, was jenseits unseres derzeitigen Begriffsvermögens liegt Durch Verständnis ohne Vertrauen können wir uns, meistens unwissentlich, in falsche Ansichten verstricken Auf ähnliche Weise ist ein Gleichgewicht zwischen Bemühen und Konzentration wichtig Zu viel Bemühen ohne ausreichende Konzentration führt nur zur Rastlosigkeit und Unruhe während ein Übermaß an Konzentration ohne entsprechende Energie träge macht Durch Achtsamkeit werden all diese Faktoren in der Balance gehalten Beschützerin des Geistes Neben dem Ausgleich der spirituellen Fähigkeiten dient Achtsamkeit auch als Hüterin der Sinnestore weil sie uns bemerken lässt, was durch die Sinne erscheint und hilft, uns nicht in der Ausbreitung des Verlangens zu verlieren Mit Achtsamkeit gehen wir friedvoller durch unser Leben Zum Beispiel kann es das achtsame Schauen in alltäglichen Situationen sehr helfen Ich hatte eine erhellende Erfahrung, als ich einmal in New York die Fifth Avenue entlang ging und in den Schaufenstern viele verführerische Dinge entdeckte, die zum Verkauf standen Nach einer Weile bemerkte ich, wie mein Geist ständig verlangend nach diesem Dengen griff In gewisser Weise war das angenehm, doch als ich tiefer schaute, sah ich, dass der mit Verlangen erfüllte Geist nicht gelassen ist Er ist ständig in einer gewissen Unruhe Es ergab sich, dass ich ein paar Wochen später dieselbe Straße entlang ging Aber aus irgendeinem Grund war ich diesmal achtsamer Ich sah alles, was in den Schaufenstern dargeboten wurde Aber diesmal schaute ich einfach Es war ein sehr viel glücklicherer und friedvollerer Seinszustand Achtsamkeit dient doch dazu, den Geist vor anderen ungeschickten Gedanken und Gefühlen zu schützen Ohne Achtsamkeit agieren wir einfach all die verschiedenen Muster und Gewohnheiten unserer Konditionierung aus Ayan Sumedho, einer der westlichen Seniormönche der thailändischen Waldtradition Wies zutreffend darauf hin Unser Ziel solle nicht sein, unserem Herzen zu folgen, wie es oft verkündet wird Sondern es komme darauf an, unser Herz zu trainieren Wir alle leben mit gemischten Motivationen Nicht alles, was wir im Herzen haben, ist weise oder heilsam Die große Kraft der achtsamen Unterscheidung ermöglicht es uns, das Unheilsame zu unterlassen und das Gute zu fördern Diese Unterscheidung ist für unser Glück und unser Wohlbefinden von unschätzbarem Wert In der Lehrrede »Die zwei Arten von Gedanken« beschreibt der Buddha verschiedene Aspekte dieser überwachenden und schützenden Funktion der Achtsamkeit Diese Aspekte können uns helfen, einige der Nuancen von Achtsamkeit zu verstehen und zu erkennen, wie wir unseren Geist daran hindern können, in unheilsame Zustände zu verfeilen Ihr Big Hus Vor meiner Erleuchtung, als ich noch lediglich ein unerwachter Bodhisattva war, kam mir in den Sinn Angenommen, ich teile meine Gedanken in zwei Klassen ein Auf die eine Seite brachte ich dann Gedanken der Sinnesbegierde, Gedanken des Übelwollens und Gedanken der Grausamkeit Und auf die andere Seite brachte ich Gedanken der Entsagung, Gedanken des Nicht-Übelwollens und Gedanken der Nicht-Grausamkeit Während ich so umsichtig, eifrig und entschlossen weilte, erschien ein Gedanke der Sinnesbegierde in mir Ich verstand folgendermaßen Dieser Gedanke der Sinnesbegierde ist in mir entstanden Dies führt zu meinem eigenen Leid, zum Leid anderer und zum Leid beider Es beeinträchtigt Weisheit, verursacht Schwierigkeiten und führt von Nibanya weg Als ich erwog, dies führt zum Leid anderer, verschwand es Als ich erwog, dies führt zum Leid beider, verschwand es Als ich erwog, dies beeinträchtigt Weisheit, verursacht Schwierigkeiten und führt von Nibanya weg, verschwand es Wann immer ein Gedanke der Sinnesbegierde in mir erschien, gab ich ihn auf Entfernte ich ihn, beseitigte ich ihn Auf dieselbe Weise setzt der Buddha Achtsamkeit bei missgünstigen und grausamen Gedanken ein Bei sich wiederholenden, ungeschickten Gedanken brauchen wir eine aktiv eingesetzte Achtsamkeit Denn was immer wir häufig denken, wird zu unserer geistigen Neigung, wie der Buddha später in dieser Lehrrede erklärt Achtsamkeit hat die Kraft, uns zu zeigen, welche Arten von Gedanken auftauchen und bei unheilsamen Gedanken zu erkennen, wohin sich unser Geist unbemerkt geneigt hat Die einfache Überlegung, dass solche Gedanken nur zum Leidwesen unserer Selbst und anderer beitragen und Schwierigkeiten bereiten, sowie uns von Weisheit und Erwachen wegführen ist in solchen Situationen ein wirksames Werkzeug und nicht nur ein Satz, den wir lesen können In einem heilsamen Geisteszustand nimmt Achtsamkeit eine andere Form an Dann brauchen wir sie nicht ganz so aktiv einzusetzen Dies würde Geist und Körper nur stören Der Buddha verglich diesen Aspekt der Achtsamkeit mit einem Kuhhirten Der seine Kühe nicht mehr ganz so sorgfältig überwachen muss, wenn die Ernte sicher eingefahren ist So wie im letzten Monat der heißen Jahreszeit, wenn alles Korn in die Dörfer eingebracht worden ist Ein Kuhhirte seine Kühe hüten würde, während er sich am Fuß eines Baums oder im Freien auffällt Da er nur darauf zu achten braucht, dass die Kühe anwesend sind Genau bestand für mich nur die Notwendigkeit, achtsam darauf zu sein, dass jene Geisteszustände anwesend waren Unerschöpfliche Energie wurde mir hervorgebracht Und ununterbrochene Achtsamkeit wurde gegenwärtig Mein Körper war still und unbeschwert Mein Geist war konzentriert und einspitzig In unserer Praxis des unermüdlichen, wissensklaren und achtsamen Verweilens lernen wir die angemessene Balance zwischen Aktivität und Empfänglichkeit zwischen Tun und Nicht-Tun zu finden Erzeugte und nicht erzeugte Achtsamkeit Diese geschickten Mittel können uns helfen die verschiedenen Weisen zu verstehen, wie buddhistische Traditionen von Achtsamkeit sprechen und damit auf weitere Nuancen unserer eigenen Praxis hinweisen Jede Tradition verwendet ihre eigene Sprache und Gleichnisse aber sie verweisen alle auf Aspekte unserer Erfahrung Ein Aspekt der Achtsamkeit ist der kultivierte, achtsame Zustand in dem wir uns bemühen, aufmerksam zu bleiben Wir brauchen diese Art der Achtsamkeit um uns zurück in den Augenblick zu bringen Tulku Urguyen Rinpoche Einer der großen Jogchen-Meister des vergangenen Jahrhunderts sagte Es gibt nur eines, was wir immer brauchen Das ist der Wächter namens Achtsamkeit Der aufpasst, wenn wir in die Achtsamkeit abdriften In der Jogchen Tradition wird dies Erzeugte Achtsamkeit genannt Was vielleicht dem ähnelt, was im Theravada, Abhidhamma veranlasste Bewusstheit heißt Die absichtliche, durch Reflexion oder Willensentscheidung herbeigeführte Bemühung einen bestimmten Zustand zu erzeugen Es gibt noch eine andere Art von Achtsamkeit die nicht willentlich herbeigeführt wird Wurde Achtsamkeit gut kultiviert entsteht sie spontan aus eigener Kraft ohne zusätzliches Bemühen In diesem Zustand mühelosen Gewahrseins können wir weiterhin unterscheiden ob ein Bezugspunkt der Beobachtung anwesend oder abwesend ist ob es das Empfinden von jemandem ist der beobachtet oder achtsam ist Jogchen Lehren sprechen in diesem Zusammenhang auch von nicht erzeugter Achtsamkeit womit in dieser Tradition die dem Geist natürlicherweise innewohnende Wachsamkeit gemeint ist Sie ist nicht erzeugt weil sie, diesen Lehren zufolge nicht von uns erschaffen wird Es ist vergleichbar mit der Fähigkeit eines Spiegels jenes abzubilden, was vor ihn tritt Diese Fähigkeit wohnt dem Spiegel naturgemäß inne Aus dieser Perspektive ist dies nichts was wir erwerben oder entwickeln müssten sondern etwas, das wir erkennen und zu dem wir zurückkehren können Die Lehren der verschiedenen Traditionen mögen unterschiedliche metaphysische Hintergründe haben Doch statt uns in philosophischen Debatten zu verstricken können wir sie alle einfach als geschickte Mittel betrachten um den Geist zu befreien All diese verschiedenen Aspekte der Achtsamkeit wirken harmonisch zusammen Nur wenige Menschen können einfach ununterbrochen in nicht erzeugter Achtsamkeit verweilen ohne sich darum bemühen zu müssen Doch wenn unser Einsatz Früchte trägt erleben wir Phasen großer Leichtigkeit in denen unsere Praxis einfach darin besteht loszulassen, uns zu entspannen und die Dinge sich entfalten zu lassen Tatsächlich ist an diesem Geist nicht viel dran Er ist nur ein Phänomen Der Geist ist von sich aus bereits in Frieden Wenn er jedoch nicht in Frieden ist kommt das daher, dass er Stimmungen und Launen folgt Er wird unruhig, wenn Stimmungen ihn trügen Der ungeschulte Geist ist dumm Sinneseindrücke verleiten ihn und er verliert sich in Freude und Traurigkeit Doch der Geist ist mit diesen Dingen nicht identisch Freude oder Traurigkeit sind nicht der Geist selbst sondern nur Stimmungen, die erscheinen und uns täuschen Der ungeschulte Geist folgt diesem Ding und wir identifizieren uns dann jeweils mit dem Wohlsein oder Unwohlsein Tatsächlich ist unser Geist von Natur aus bereits unbewegt und in Frieden Wirklich in Frieden Also müssen wir den Geist schulen die Sinneseindrücke zu verstehen und sich nicht in ihnen zu verlieren Dies ist das Ziel all der komplizierten Übungen die wir uns auferlegen Am Anfang des zweiten Bands werden wir die Achtsamkeit noch weiter untersuchen und betrachten wie sie als einer der sieben Faktoren der Erleuchtung wirkt 4. Konzentration Die gesammelte Natur des Geistes In seiner Definition des Satipatthana empfiehlt uns der Buddha die Betrachtung der vier Grundlagen der Achtsamkeit Körper, Gefühle, Geist und Dhammas Frei von Verlangen und Unzufriedenheit in Bezug auf die Welt Frei von Verlangen und Unzufriedenheit bezieht sich auf Samadhi die Qualitäten der Konzentration der Haltung und der Sammlung des Geistes die entstehen, wenn der Geist frei von dem so oft auftauchenden Verlangen und der Unzufriedenheit ist Es gibt verschiedene Wege Konzentration zu entwickeln Ayan Sokito ein englischer Mönch der thailändischen Waldtradition spricht davon dass sich Samadhi auf natürliche Weise entwickelt wenn wir uns unserer verkörperten Präsenz erfreuen uns im Körper niederlassen und dem Stress und der Anspannung erlauben sich aufzulösen indem wir einfach uns dessen bewusst sind was sich zeigt er sagt Freude empfangen ist ein anderer Ausdruck für sich freuen und Samadhi ist der Akt des verfeinerten sich Freuens es beruht auf Geschicklichkeit es bedarf eines sorgfältigen sich sammels in der Freude des gegenwärtigen Augenblicks in Freude sein bedeutet es gibt keine Angst keine Anspannung kein Sollen es gibt nichts was wir damit anfangen müssten es ist einfach Samadhi beruht auf geschicktem Verhalten denn ohne diese Grundlage des Nichtschadens ist er geist voller Sorge Bedauern und Unruhe als mein erster Dharma Lehrer da Munindraji zum ersten Mal die Vereinigten Staaten besuchte war er verblüfft wie die Leute meditieren und Erleuchtung erlangen wollten ohne sich viel um diese moralischen Grundlagen zu kümmern er meinte das sei als versuche man mit großer Anstrengung ein Boot über einen Fluss zu rudern ohne es vorher loszubinden es bringt einfach nichts jene von uns die in der Welt leben können diese ethische Grundlage entfalten indem sie sich in den 5 Tugendregeln üben nicht töten nicht stehlen kein sexuelles Fehlverhalten nicht lügen und keine den Geist verwirrenden Drogen verwenden während eines Retreats wird unsere Praxis das Nichtverletzend weder uns selbst noch andere zunehmend verfeinert denn in der Stille und Konzentration des Retreats treten Handlungen und ihre Konsequenzen mit größerer Prägnanz hervor und selbst gewöhnliche Dinge können zur Entwicklung von Sila dienen in den vergangenen Jahren erlebten wir während der Retreats in der Inside Meditation Society manchmal etwas das wir Fensterkriege nannten vor allem im Winter gab es unterschiedliche Meinungen darüber wie sehr die Fenster geöffnet werden sollten um frische Luft hereinzulassen eine Person betrat die Halle und schloss alle Fenster weil ihr zu kalt war dann kam jemand anderes und öffnete einige wieder weil er frische Luft brauchte in Burma gab es mit den Ventilatoren ein ähnliches Phänomen manche wollten sie eingeschaltet andere ausgeschaltet haben in beiden Fällen können wir die verschiedenen Wünsche und Bedürfnisse verstehen können wir die Idee loslassen dass unsere eigenen Vorlieben automatisch Vorrang haben sollten auf der Grundlage von Sila und einem ruhigen Geist können wir leichter in einen glücklichen entspannten Zustand verweilen welcher der Konzentration zuträglich ist obwohl wir häufig über die Schwierigkeiten der Praxis sprechen ist sie letztlich ein Weg um zunehmend glücklich zu sein die Kontinuität der Achtsamkeit die Kontinuität der Achtsamkeit stärkt die Konzentration wir können diese Kontinuität in zweierlei Weise üben zum einen können wir das direkte Gewahrsein eines einzelnen Objekts kultivieren wir üben mit dem Geist zuverlässig beim Atem zu verweilen oder bei den Bewegungen eines Schritts oder bei einem Klang zum anderen können wir ein wahlloses Gewahrsein entwickeln dabei stärken wir die Einspitzigkeit des Geistes in Bezug auf wechselnde Objekte das ist das sogenannte momentane Samadhi bei unserer Praxis verknüpfen wir beide Ansätze geschickt miteinander wenn der Geist träge oder abgelenkt ist können wir uns auf ein einzelnes Objekt konzentrieren um innere Freude und Gelassenheit zu kultivieren um uns wenn der Geist dann wieder gesammelt ist für ein ungerichtetes Gewahrsein zu öffnen nach einer Weile bekommen wir ein intuitives Gespür dafür was jeweils gerade angemessen ist als ich mit der Meditationspraxis begann verfügte ich über sehr wenig Konzentration ich genoss das Denken und verbrachte viel Zeit mit Träumereien im Laufe der Jahre fand ich eine Praxis die mir besonders half diesen Samadhi Faktor zu stärken sowohl bei der Gehmeditation als auch beim freien Gehen lenkte ich meine Aufmerksamkeit von dem einfachen Wissen dass ich gehe auf das genaue Erspüren der Empfindungen jedes einzelnen Schrittes die Leichtigkeit die Schwere den Druck die Steifheit und so weiter dies ist eine Möglichkeit die verkörperte Präsenz zu üben die Arjan zu Kitu erwähnte Konzentration zu entwickeln braucht Zeit zu den großen Geschenken der vertieften Konzentration gehört es dass sie die verschiedenen mentalen Hindernisse in Schach zu halten hilft ähnlich wie ein Zaun unerwünschte Eindringlinge fernhält indem wir vorübergehend die Kräfte der Sinnesbegierde und des Verlangens der Abneigung und der Rastlosigkeit dämpfen eröffnen sich uns verfeinerte Annehmlichkeiten des Geistes dies wiederum motiviert uns unsere Konzentrationsfähigkeit noch weiter zu entwickeln im Laufe der Zeit erkennen wir wie das Ausgangsniveau unserer geistigen Konzentrationsfähigkeit steigt dadurch verändert sich unser Befinden und die Art wie wir in der Welt sind wir erschaffen ein inneres friedliches Umfeld Konzentration ist zwar nicht das letztliche Ziel der Praxis aber auf dem Weg des Erwachens spielt sie eine wesentliche Rolle der Buddha betont dies wenn er sagt die Würdigung der Konzentration gehöre zu den Dingen die zur Langlebigkeit des Dharma seinem Nichtverfall und seinem Nichtverschwinden beitragen Für die Dharma Übertragungen an den Westen ist das ein wichtiger Punkt wir wollen alles sofort selbst die Erleuchtung und sind häufig nicht bereit Zeit oder Mühe zu investieren um unsere Konzentration zu entwickeln oder zu vertiefen doch je stärker das Samadhi in unserem täglichen Leben wird desto mehr hilft es uns jenen inneren Ort zu finden an dem wir zunehmend frei von weltlichen Verlangen und Unzufriedenheit verweilen können diese friedvolle Haltung wird dann zur Grundlage von umfassenderen Glück und Freiheit und unzufriedenheit von unzufriedenheit von unzufriedenheit Vielen Dank.